ich bin gerade in südsexe unterwegs also ganz genau bin ich gerade hier amt und schirne und von hier gerade auf dem weg zu dieser meister herr erforderung und da mache ich mich jetzt mal hinein jo ich soll noch sechs monzen sachen waren damit ich da dieses ja diese tür dieses tor und ausdrücken möchte öffnen darf ich hoffen dass das klappt also das sollte ich ja sonst sollte ich jetzt zu mir bekommen ich kenne mich ja und da haben wir es so nicht diese aussicht naja das übliche so und da würde ich mal sagen jetzt kampfeinkehr und dann in ofentum versteckt man sich rufen des bären nahkampf fähigkeiten goldene flamme und sängender schlag feuer schaden und alle ziele töten okay das sollte ich ja wohl kriegen denke ich meine ich hoffe mal nicht dass ich mich da jetzt zu wie ich immer das so schön sei dusselig anstelle das ist ja auch eine nette verkleidung ne so feuer schaden töte alle ziele feuer schaden das ist ja eigentlich wenn ich das verstehe vollkommen egal und dann das ist ja das ist ja Und seine Rache war ein Traum. Worin kommst du mir nicht? Nicht auseinander. Hier bleibt nur eine Pünze. Zur Woden, du Arsch. Nicht gut, ich soll hier verfeuerscheinen alle. Ah ja. Oh, das war knapp. Sehr gut. Genau. Da ist auch noch was. Genau. Oh, die sengende Axt hier. So. Wo habe ich denn noch was hier von denen? Oh. Da habe ich dreimal dran vorbeigelaufen. Na ja. Ja. So. Versuch zu fangen! Wir verbrennen deine Sünden! Verdammt! Nein! Nein! Das Höllenseuer wird dein Fleisch verzerrt! Junge! Ey! Geht doch! So, machen wir die nächsten! Ja? 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 Ne? 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 Bronxamba! Das wollte ich! Gefühlt! Den brauch ich eigentlich schon gar nicht! Der hier! Moment! Proviant ist voll! Was? Danke! Keine wohl nicht wahr sein! Sauber! Gleich mal so mit einem Schlag hier! So, Silber haben wir auch! Und alle Ziele haben wir getötet! Sehr schön! Das heißt, Feuerschandtötungen nicht alle waren so wie sie sein sollten! Wahrscheinlich zwei oder drei nicht geklappt! Ja! Egal! Äh! Dann machen wir jetzt die Prüfungsauswahl! Und dann machen wir... Was nehmen wir denn jetzt? Hm! Nehmen wir glaube ich mal ähm... Äh... Wolf, ne? Das war ja die Bärenprüfung über Wolfs Prüfung! Ich glaube... Ne! Ne! Wolfs ist ja so mit Schleichen und so! Da stelle ich mich wieder so nicht so an! Ne! Rabenballast! Dann nehmen wir doch Wolf! Kopfschusstötung! Schwachpunkttreffer! Alle Speicher zerstören! So! Was haben wir hier? Rabenablenkung! Abzulenken! Und dann senkender Fernangriff! Zöne! Spitze Eil! Alles, was trifft! Fängt Feuer! Okay! Dann werd ich mich mal daran versuchen, ne? Na komm! Zeig's mir! Oh! Äh... So! Ach du Nasenbär! Ich lass dich ausbluten! So! Äh... Ich überlegere, wie ich das am besten mache! So! Oh, hier komm! Ich komm! Ich komm! Da! Ich komm! Ich komm! Oh! Moment! Gott! Fall! So! Äh... Jetzt! Oh! Und jetzt. Ich bin fast itt... Wir passen aufeinander auf! geht das nicht so hin ja und den habe ich auch genau naja da passiert mir schon ja 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 aber den auch weiter wie viel müssen wir hier können alter ja 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 gut was ist der andere hier und sauber sauber achso so haben wir den auch endgültig erledigt komm hier lang in jetzt sehen wir uns die da schnappen ne oh zeigt mir nicht dass ich da nicht durchkomme und und wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir haben es geschafft aber kein bronze ich bin allzu früh ah shit 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 noch mal von vorne das erinnert mich gerade wieder tierisch ich habe ich habe echt gedacht ich hätte die 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 türme nicht zerstören dürfen also vorher erst die jungs und dann die türme shit 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 ich habe mich gerade schon gefreut dass ich das geschafft habe aber nee doch nicht so 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 Oh. Was ist das? So, den haben wir auch. Haben wir noch einen? Nee. So, den haben wir noch einen? Ja, komm. Ernsthaft? Wo ist der nächste ohne Fahrschein hier? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja komm, dann mach ich das immer so. Oh ja. So, und den haben wir. Und den haben wir jetzt auch. Den haben wir. Und den haben wir jetzt auch. Und den haben wir jetzt auch. Okay. Okay. So, dann haben wir den jetzt. Wir haben noch immer nicht Bronze. So, unglaublich. Und den haben wir jetzt auch noch. Und den haben wir jetzt auch noch. Und den haben wir jetzt auch noch. Und den haben wir jetzt auch noch so. Und den haben wir jetzt auch noch mal aufgehauen. Sage mal. Und zack. Und jetzt müsste ich alles haben. Alles, die Getülle, alle gespeichert und ich bin mehr als Bronze. Das ist das, was ich wollte. Was hat mir gefehlt? Die Kopfschutz-Tötung. Also immer per Kopfschutz alle töten und dann gut ist. Aber hey, ich habe es geschafft. Was will ich mehr? Bronze ist das, was wir brauchen, Leute. So, und dann bleibt mir jetzt nur noch die Wolfsprüfung, wenn ich mich irre. Mal schauen, wie das geht.